ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab Post gekriegt! Und zwar... Ich weiß ganz genau, was da drin ist. Es ist nämlich von... Wunderstocklik. Und... Was geht so durch auf? Ja! Ich muss noch mal wieder... Lässt, das ist ein Gott, das ist ein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Kino! Ich hab so lange drauf gewartet! Was? Du bist ja verschoben? Du bist ja ein bisschen verschoben. Die nicht, okay. Die bleibt nicht. Die ist das nicht perfekt. Okay, pass ich. Ich verstehe, was ich gerade meine. Sie tut das? Deswegen fühle ich mich ganz gerade. Das ist... Aber auf jeden Fall. Das ist mein Kinderbuch. Ich hab ein Kinderbuch gemacht. Oh, das ist klar! Okay. Alles klar. Wir haben das Baby-Eule-Landlaufen. Oh, das ist... Oh, ich liebe es! Wie geil! Oh, das ist so großartig! Oh, das ist so großartig! Oh! Das ist so großartig! Oh, das ist so großartig! Oh, das ist so großartig! Oh, okay! Oh, das ist so großartig! Oh, ich habe es mit mir eingeladen. Oh, ich hab es mit mir geändert! Seht ihr den Unterschied, was er sich meint? Aha, das ist noch ein paar Kostikatoren. Es ist eurer. Ich geh auf! Es ist weg, jetzt ich nicht. Wir haben fünf Stück. Sie werden ab dem 28. Oktober einen Markt, den Ali Markt hat. Da werden sie das erste Mal verfügbar sein zu kaufen. Und danach werden sie auf meinem Instagram verfügbar sein. Und zwar ist das, ähm... Vielleicht glaube ich, schaffe ich es nicht ganz richtig. X Rainbow Warriors X? Ich blesse euch hier nochmal ein und ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, da werden die UN-Große Ankündigung. Alle meine Bezeichnungen werden ab dem 28. Oktober dort zum Verkauf bereit stehen. Preismäßig ist dann auch alles dort erfahrbar. Ähm, muss ich mir noch anschauen, wie ich das genau mache und wie viel das Sand kosten wird. Aber, das ist eine große Ankündigung für mich. Und ich freue mich übelst, dass die da sind und das halt funktioniert. Und das sind die sechs Stück. Eins bleibt bei mir. Fünf habe ich mal wieder zum Verkauf. Und wenn die aussieht, dann bestelle ich neue. Ähm, das ist natürlich nicht das Thema. Also, ja. Ich hoffe, ich sehe euch. Ähm, wenn ihr jetzt noch auf dem Instagram-Kanal, auf dem Account, den ich verlegt habe, meinen Business-Instagram sozusagen, ähm, vorbeischaut und abonniert, subscribt, die ersten zehn Subscriber, die auch... Also, das ist nur jetzt auf Animarket, aber die ersten zehn Subscriber kriegen am Animarket ein kleines Geschenk von mir. Eine kleine Überraschung. Ähm, also einfach subscriben. 28. Oktober, Animarket, Eintritt ist gratis. Äh, screenshot machen, dass ihr unter den ersten zehn wart. Wir haben Animarket zeigen und erholt euch euer Geschenke. Bis dahin, ziehe! Gdled Mal ab. 15. Abonnieren. Unentsimal-Spirten. 4